Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch allen einen gesegneten und friedvollen Ramadan. Der Ramadan ist für uns eine besondere Zeit, auf die wir uns sehr freuen. Sie ist eine Zeit der Spiritualität, der vielen Gebete in der Gemeinschaft. Eine Zeit, die wir durch Fasten für unsere geistige und körperliche Reinigung nutzen. Der Ramadan ist auch eine Zeit, in der wir unsere familiären und sozialen Verbindungen stärken, Freunde und Verwandte zum Iftar einladen. Es gibt allerdings auch eine andere Seite. Millionen von Menschen leben gefährdet durch Flucht und Hunger, unter den verheerenden Folgen des Klimawandels und vor allem unter den Folgen von bewaffneten Konflikten in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, in Libyen oder in Äthiopien. So ist der Monat Ramadan auch eine besondere Zeit der Solidarität. Deshalb appelliere ich an euch, lasst uns diese leidenden und benachteiligten Menschen in unsere Gebete und guten Taten einschließen. Mögen die Ursachen für Hunger und Flucht sehr bald ein Ende haben. Mögen Kriege, die nichts als Leid und Elend verursachen, als bald enden. Möge dieser Ramadan einen Beitrag für ein friedvolleres Zusammenleben bringen. Ich wünsche euch viel Segen und Allahs Wohlgefallen.